In France, in Moldavie, kann es passieren, dass es eine Milliarde verschwendet in Deutschland oder in Frankreich? Frage an uns? Ja. Ein Milliard, vielleicht? Ein Milliard sollte nicht verschwinden, aber wenn sie schon verschwunden ist, sollte man sie eigentlich auch wieder finden. Aber wenn sie schon verschwunden ist, sollte man sie eigentlich auch wieder finden. Klangprecher Folge 401-208-psy+. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.